Ich weiß nicht, wo wir aufs Progleichen kommen. Das ist nicht viel, ich bin wieder rumschauen. Das war's. Ah. Was ist das? auf dem linken turm ist einer auf dem linken Das war's für heute. Was ist das? Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020